Das war ein wichtiger Hinweis, deswegen habe ich den drin gelassen. Hallo Leute, herzlich willkommen zu Choose Galaxy. Oh, Moment. Ah, so, besser. Ich habe mein Noise Cancelling noch angehabt und mich deswegen selbst nicht richtig gehört. So, nur aber, das hier wollte ich schon eine Weile, let's playen. Jetzt komme ich endlich mal dazu, was zum Fick ist, Alter. Ach, das ist ein Name. Ogi, ogi klingt gut. Bleiben wir bei 1. Oh, okay. Timescale. Oh, oh je, oh je. Ja, nee. Oh, was passiert bei... Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Diese. Was? Oh mein Gott, was ist das Spiel? Was ist das schon für ein Anfang? Ja. Ich will praktisch keinen Kopf haben. Hm. Small or big. Small or big. Ich bin mir nicht ganz... Hm. Ein bisschen mehr. Oh je. Ja, nee. Das soll eher kleinere Arme haben, würde ich sagen. Aber große Hände. Oh, okay. Damit können wir die Beine auch länger machen. Ja, das ist richtig schön komisch. Dann immer noch riesige Füße. So. Chest. Oh je. Nee. Chest ist... Ja, das sieht doch ganz gut aus, würde ich mal sagen, oder? Ich möchte kurz darauf hinweisen, ich habe keine Ahnung vom Spiel. Das erste Mal, dass ich das spiele. Ich spiele es jetzt einfach. Wow. Just wow. You are really weird and gross. Okay. And floppy too. Yeah. Um, anyways. Welcome to Juice School. I am Mrs. Slithers. Today we are going to talk about Juice. Okay. But first, a pop quiz. Starting now. Uh. First question. What is Juice? Uh. Eh. Juice is everything. Juice is everything. It is all around us. Why are you here? Uh. Wrong answer. Prepare to die. Oh Jesus fucking Christ. I did not expect that. Just wow. You are really weird and gross. And floppy. Just leave then. That's fine. Juice. Oh. Attention student. I said to stay away from that thing. It cannot be opened. Recess is over. Please report to class for your punishment. That's fine. That would be the death of me. I don't think I would do that. Come. 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 There was something to do. Oh. Recess is always so much fun. Ha ha ha. Secret. Okay. Really need toy on top of that building over there. No. Nein, ich glaube nicht. Oh. Okay. Ja, gut, dann. Leer gedrückt halten und Pfeiltasten. Nee, es wäre es die. Ich habe noch nicht genug Energie, um da hochzukommen. Moment, Moment, Moment. Ups. Das war nicht der Plan. Aber hey. Na, Herrgott, kann ich da jetzt auch mal drauf landen? Ach, ich muss es ja gedrückt halten. Ich bin dumm. Ich kann nicht fliegen, wenn ich nicht Leertaste gedrückt halte. Oh. Auch das war nicht der Plan. Ich will da oben raufkommen. Herrgott. Kann ich vielleicht schneller irgendwie rennen? Hm. Sieht nicht so aus. Ja. Oh, mein Gott. Nein. Ich kann dich hören, deine kleine Füße. Hey. Hey. Die sind nicht klein. Dafür habe ich gesorgt. Das war mein linkes Ohr. Dankeschön. Okay, jetzt aber, oder? Hm? Hm? Ja. Oh, mein Gott. Eh. Okay, jetzt habe ich eine Waffe. Eh. Swing it at me. Okay. 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 Okay, ja. Wenn du geschlagen werden willst, dann versuche ich es doch. Hey, ich habe aus dem Spiel geschafft, rauszutappen. Ah. Aui. Hey, ich habe auch schon ewig viel Leben verloren. Hör auf, aus dem Spiel rauszutappen. Ah. Ich gucke mal gerade kurz, ob ich das irgendwie hinkriege, dass der... Fullscreen. Ja. Äh... Nein. Sieht nicht so aus, als könnte ich meine Maus hier fangen lassen. Schade. Dann muss ich irgendwie damit zurecht. Wow. Gut hielt. Okay. You suck. Da stand you suck. Oh, ich habe meine Waffe. Okay, die ist viel zu stark für mich. Just wow. You are really weird and gross. Oh. Okay. Just leave then. That's fine. Kann ich ihn ver... Ja, ich habe das schon gelesen. Passt schon. Ich möchte dich bitte zusammenschlagen. Ja, das scheint bisher ganz gut zu klappen. Good hits. Now it's my turn. Watch over you. Nein. Not your turn. Ow. You got me good. Okay. I'm just gonna lay down. Ja, okay. Evapora... Okay. Backfinger at the front. Eine Juicy-Door. Okay. Ja, sorry, dass du dich nicht so gut fühlst, ne? Du wolltest mir jetzt die Waffe wegnehmen, ne? Und ich sehe das nicht so ganz. Ah ja, hier. Genau. Oh Gott, ich bin schon wieder rausgeteppt. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe... Ja, ich hatte die Spielszene kurz aus dem Screen gezogen, dadurch ungewollt, weil das auf meinem zweiten Bildschirm ist. Es fängt ja schon mal gut an. Ist ja schon mal ein bisschen Chaos. Was? Okay. Der in den Kommentaren... Was? Ich sagte, zu weit weg von dieser Sache. Es kann nicht örtet werden. Recess ist vorbei. Bitte reporte zur Klasse für eure Funishment. Nee, danke. Ich weiß, welches Punishment. Das hatten wir schon. Passt schon. Soweit. Ganz gut. Dame. Bam. Bam. Okay, was ist das? Das ist ein Schädel. Eh. Oh, ein Schoolhelm. Oh, haha. Der ist genauso klein wie mein Kopf. Perfekt. Ähm. Hold to. Okay. Ah, ich habe genug Schuss. Top. Es hat gesungen. Back away from the door. Do not cross the threshold. Return to class immediately. The candy. Nope. Worst. Student. Ever. Nice. Choose Galaxy. Roll credits. Okay, ähm. Wo die... Help. Ich falle jetzt einfach, oder wie? Oh. Oh, oh. Ey, das sieht... Hey, Drink from the truth found... Oh, ja. Ja, das... Ja. Ähm. Armpower. Damage. Ähm. Machen wir mal Damage ein bisschen hoch, oder? Energy Max. Und Regen. Vielleicht auch nicht verkehrt. Diese Geräusche. Hallo. Damit kann man schon mal... Oh, ja. Damit kann man Musik machen. Okay. Ich glaube, jetzt kann ich nichts mehr kaufen. Jo. Aber gut, jetzt... Jetzt bin ich schon mal ein bisschen... mehr gebufft. Mr. Fox. Okay. Äh. Wo sollte ich hingehen? Schutz. Okay. Nein, ich hab die Kerbe noch nicht ausgecheckt. Take the road left after exiting the graveyard. Okay. Ein Wizard. Okay. Was machst du hier? Chillin. Oh, oh, oh. Äh. Oh, oh. Hungry. Ja. Oh, oh, oh. Ich versuch's. Aua. Das ist Korla. Ich scheint mich anzugreifen. Ja. Jetzt geht's auf die Schnauze. Oh, ich hab... Warte mal. Kann ich den Gravestone auch? Ja. Geil. Ich hol mir all dieses... bunte Zeug. Ach ja, Juice ist das. Pardon. Es heißt... Das ganze Spiel heißt Juice Galaxy. Wie hab ich's geschafft, das zu vergessen? Wie hab ich's geschafft, zu sterben? You suck. Dankeschön. Oh. Oh, ich kann noch mehr. Upgraden. Schön. Armpower machen wir doch auch mal ein bisschen. Movespeed. Ja, das passt schon jetzt alles hier. Äh. Warum hast du Augen? Kann er mit dir auch... Assigne. Hey, what's up? Yo, what up? Forbidden Knowledge. Okay. Äh. Eins. Oh. Okay. I für Inventory, muss ich mir merken. Was ist Juice? Alles. Okay. Alles ist Juice. Okay. I. Okay. Das Inventory ist leer. Gut. Ich werd jetzt mal nicht hier... Oh, ist das ein Fahrzeug? Seh ich da ein Auto? Okay. Oh. Da ist es. Oh. Oppa. Q2 Drive. Oh, nice. Ja, dann. Links vom Grave. Da ist es sogar in der Markierung. What the fuck ist das für eine Geschwindigkeit? Meidufeel. Meidufeel. Jesus. Bisschen unsicher. So, auf der, in Anführungszeichen, Straße. Das ist ein Viech, das mich angreifen wird. Das hab ich schon erkannt. Das hat mich nämlich grad schon angegriffen. Bonk. Hihi. Grazer. Brazer. Kann ich den auch überfahren? Schauen wir doch mal. Ja, sieht gut aus. Hab ich ihn totgefahren? Ich scheine ihn totgefahren zu haben. Ich weiß nicht, wer du bist, aber du bist auch überfahren. Über Leute drüberfahren? Immer. Ne gute Entscheidung. Oh. Skelette. Hallo. Die haben mich vorhin schon angegriffen und kaputt gemacht. Das heißt, das ist jetzt reine Rache. Und was zum Fick bist du? Du siehst zwar süß aus, aber sorry, ich brauch den Juice. Gut, eins lass ich leben, weil ich das grad gesehen hab. So, cool. Essen. Das ist auch ein schönes Geräusch, fairerweise. So, hier, gehen wir mal zu dem hin. Ich will wissen, ob mich das auch angreifen. Oder ob das chill ist. Hey, what up? Au. Das beantwortet meine Frage. Oh, ein Schwert. Ih. Kann ich das ausrüsten? Yes, kann ich. Ach, du verfickter Scheiße. Das ist eine große Waffe. Okay, die sind jetzt alle ein bisschen weit weg. Ich geh mal da rein und schau mal, was mir da gesagt wird. Oh. Ich hab irgendwie erwartet, dass hier mehr drin ist. Ui. Open. Okay. Wo zum... Okay. Wo zum Fick geht's hier hin? Baby Clown. Ich vergesse mal wieder, dass ich ja fliegen kann. Au. Ich bin fucking schnell gestorben. Wow, back here. You're fucking for real. Nämlichstens kann ich hier noch ein paar Sachen hochstufen. Und wieder back to where we were. Aber erst hier dieses Skelett überfunden. Was ist hier? Das sieht auch noch irgendwas aus. Bonk. Damit es mir niemand wegnehmen kann, immer direkt essen. Okay, ja. Mit einem schweren Schwert zu fliegen ist nicht so einfach. Ich hab gerade schon Aua rausgefunden. Was mach ich denn für Schritte? Ja. Das, ja. Macht Sinn. Halb... Ah. Halbwegs. Wegen der Physik des Spiels. Hey. Ich hab das noch nicht raus. Äh. Okay, aber wenn man auf dem Boden ist, dann klebt man da so ein bisschen fest. Das ist ja immerhin schon etwas... Oh, hey. Okay. Kennst du mich? Route to stare. Ja, ich stäre nicht. Ich hab nur mein Schwert an deinem Hals. I don't. Ah. Further down the road. Okay. Ein Mushroom. Okay. Ich will die Sachen aufheben, die da liegen auf seinem Tisch. Au. Herrgott. Ey. Nein. Bliss. Kreizkruzienesen. Warte mal. Was stand da gerade? Ah. Nice. Mein Pineapple. Was ist das? Ein Grappling Plunger. Ne Sau, meiner. Was ist das? Rubberball Cannon. Oh, das klingt doch gut. Das stand... Ich hab grad irgendein Achievement gekriegt. Warte, 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 warte. Wait a second. Ist das ne... Ich hab ihn schon wieder rausgetan. Herrgott. Hör auf, rauszutappen. Ja, das ist das Problem. Mein Ding ist... Meine Maus war jetzt die ganze Zeit... ...rechts am Bildschirm. So. Ah, sie ist wieder rechts am Bildschirm. Was für Create Link. Sie ist jetzt weiter dort vielleicht. Das wär ganz schön. Oh. Oh, what the fuck? Oh, mein Gott. Das ist ne richtig gute Fortbewegungsmethode. Au. Au. Okay, ich kann sie noch nicht ganz so gut nutzen. Ich brauch noch das Auto. So. Äh, jetzt will ich wieder dahin, wo ich vorhin war. Weil da war, da war glaub ich irgendwas zu holen, wenn man nicht gerade einfach stirbt. Ja, hier rechts. Oder so. Monster Level. Ja. Das ist... It do nothing. It do nothing. What the... Okay. Wieso kann ich das Vehikel nicht exiten? Ja. Also, ich kann mich immerhin damit drehen. Es ist ja noch ein Anfang. Nee, nee. It counts. Okay. But why can I not drive anymore? Bin ich jetzt das Fahrzeug geworden oder so? Hab ich das Spiel verbuggt? Ich weiß es nicht. Das ist ein zu komisches Spiel, um das sicher sagen zu können. Aber, ich kann gerade eine Menge Dingens machen hier. Äh, Flips. Okay. Gut. Weg auf die Reifen. Ich komm. Wie es aussieht, auch immer noch nicht hier raus. Fuck. Inventory tut auch nichts. Ich guck mal nochmal kurz in die Controls. Äh, Unaction. Wunderbar. Oh. What the fuck? What the... Help. Ich blicke noch nicht so richtig durch. Ähm, kann ich die da vorne angreifen? Gibt mir das vielleicht die Möglichkeit, das Auto wieder zu verlassen? Ich glaube nicht, ehrlicherweise. Aber ich mach ganz nice Breakflips. Break, äh, Breakdanceflips. Find ich jetzt persönlich. Kann ich, kann ich vielleicht... Hm. Ich weiß übrigens nicht, warum da Dragon Level 5 steht. Und ich weiß noch weniger, warum das Leben... Wait a second. Ist das Grüne da das Dragon und es kämpft gegen das Andere? Sehe ich das gerade richtig? Ich glaube, ich sehe das richtig, ja. Kann ich nicht wenigstens safen? It counts. 1.02 Punkte. Okay. Ich habe jetzt noch nicht ganz raus. Ich glaube, ich habe das Spiel ein bisschen verbuggt und kann deswegen nicht raus. Ja, äh, ich kann weiterhin nur Flips machen. Äh, ich denke, das eignet sich aber soweit als erster Part. Und ich finde zwischenzeitlich mal raus, wie ich das Fahrzeug wieder verlassen kann. Ob ich aus diesem Buggy State rauskomme, ohne neu zu starten oder nicht. Und dann sieht man sich vielleicht wieder im nächsten Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und man sieht sich dann... Moment, das habe ich gerade schon gesagt. Haut rein, Leute. Tschüss.